Die Angleichung von Ost-West-Renten wird kommen. Wir starten am 01.01.2018 und beenden die Angleichung im Jahr 2025. Das bedeutet, dass die Punktwerte für die Rente, die man erwirtschaftet, gleich sein werden in Ost und West. Das bedeutet, dass aber damit zugleich auch in diesen Schritten von 2018 bis 2025 die Höherwertung von Rentenansprüchen in den neuen Ländern abgeschmolzen wird. Eine Ergänzung dazu haben wir uns auch bei der Erwerbsminderungsrente verständigt. Wir wollen dort die Zurechnungszeit, die für die Berechnung der Höhe der Erwerbsminderungsrente ausschlaggebend ist, von jetzt 62 Jahren auf 65 Jahre erhöhen. Den Schritt von 60 auf 62 Jahre hatten wir schon in dieser Legislaturperiode auch gemacht. Das ist nun eine weitere Verbesserung für diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen früher, als das gesetzlich vorgesehen ist, in Rente gehen. Wir haben uns mit der Frage der sogenannten doppelten Haltelinie nicht weiter befasst, was ja bedeutet Rentenniveau und Beitragshöhe. Wir haben bis im Jahr 2020 ein Rentenniveau in der Größenordnung von nahezu 48 Prozent, dann darüber hinaus von 44,5 Prozent. Das heißt, die gute wirtschaftliche Lage führt dazu, dass das Rentenniveau nicht so absinkt, wie allgemein befürchtet worden ist. Ergänzend darf ich vielleicht auch noch zu dem Thema betriebliche Altersversorgung. Hier gibt es einen Gesetzentwurf, der derzeit in der Ressortabstimmung ist. Der wurde auch gestern kurz mit angesprochen. Wir unterstützen die darin enthaltene Verbesserung für die betriebliche Altersversorgung. In diesem Gesetzentwurf ist übrigens auch enthalten, dass die betriebliche und private Vorsorge nicht mehr voll auf die Grundsicherung angerechnet wird, sondern dass diese Leistung aus betrieblicher und privater Vorsorge mit einem Freibetrag auf die Grundsicherung angerechnet werden soll. Eine deutliche Verbesserung zum jetzigen Zustand. Das Ziel ist, die betriebliche und private Vorsorge attraktiver zu gestalten. Denn wir brauchen alle drei Säulen, die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche und die private Vorsorge. Nach dem, was wir gestern vereinbart haben und nach dem, was auch heute im Entwurf des Rentenversicherungsberichts von Frau Nahles vorgestellt wird, über die Höhe des Rentenniveaus bis beispielsweise 2020 und was dann danach folgt, sehe ich keine große Möglichkeit, einen Rentenwahlkampf zu führen, sondern mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, geben wir die Antworten auf die aktuellen Herausforderungen und Fragen. Deswegen sehe ich da jetzt kein großes Kampfpotenzial in der Rente, was im Übrigen auch gut ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.